Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Days of the Tentacle. Nee, einfach nur Day of the Tentacle, ne? Ich habe einen neuen Raum entdeckt, den ich total übersehen habe. Wir waren noch gar nicht in der Küche. Und hier haben wir zum Beispiel eine Gabel. Eigentlich kann man das nicht direkt eine Gabel nennen. Sondern? Ah, nach sowas habe ich schon gesucht. Entkoffeinierter Kaffee. Hm, braunes Wasser. Brauche ich den Kaffee auch? Ich glaube, ich könnte mein Auto damit einschmieren. Na gut. Mikrowelle. Die fasse ich nicht an. Diese Dinger haben so ihre Schwächen. Der Duke. Gütezeichen Mikrowelle. Na dann. Haben wir noch einen Nachbarraum hier. Ein Trichter. Ein leerer Trockner. Das ist ein Münztrockner. Sieht kaputt aus. Ich glaube nicht, dass die jemals wieder läuft. Das ist ein Münztrockner. Da ist nichts zum Trocknen drin. Okay. Ich muss mal nochmal da rein. Wegen den Zähnen. Weil irgendwie. Die reagieren schon auf mich, ne? Ohne, dass ich die aufheben will. Vielleicht kann ich die irgendwie. auch an einen Ort locken quasi. Ne. Ich glaube irgendwie nicht. Die laufen immer gleich. Befürchte ich. Ja, jetzt geht er wieder zurück. Jetzt muss ich irgendwie den entkoffinierten Kaffee in seinen Becher bringen. Das war leicht. Danke. Das brauchte ich jetzt. Sehr gut. Ich muss den Vertrag unterschreiben. Muss es für die Familie... Das hat funktioniert. Okay, dann gehen wir jetzt nämlich in den Überwachungsraum. Ich habe wieder eine neue Fährte. Das ist cool. Aber danach weiß ich schon wieder nicht mehr weiter. Ich hoffe, dann ergibt sich irgendwas. Aber mal schauen. Der war hier, glaube ich, ne? Genau. Ich sehe den Safe. Ich kann fast die Kombination entziffern. Es ist... Geh da weg! Mist. Ah. Geh da weg! Verrückt. Sieht ziemlich schwer aus. Sieht ziemlich schwer aus. Sieht ziemlich schwer aus. Das könnte sie vielleicht falsch verstehen. Wie sagt man so schön? Wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Okay. Das hat tatsächlich funktioniert. Das hat tatsächlich funktioniert. Aufnehmen. Aufnehmen. und wenn du dieकten causes. In Dr. Fred Edison, Steuerverhandlung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einfallen. Okay, was ist S P E P? Stopp. Das Band ist am Ende. Zurückspulen. Play. Ah, ich glaube S P E P ist normale Geschwindigkeit und langsam, oder? 101. 999. 57. 50. Doktor. Fred. Edison. Steuer. Fahndung. Bitte. Kommen Sie. Mit. Okay, 101. 999. 57. Nice. Tentakel hilft Smaragd zurück. Achso, Tentakel hilft, komm mal. Hm, was ist dein teuflischer Plan? Ich glaube, ich muss mehr ziehen und schubsen. Er ist mein Freund. Er ist mein Freund. Na, schau, ohne Scheiß, ey. Ich muss echt mehr schubsen und ziehen Befehle machen, glaube ich. Nein, die Anlage würde kaputt gehen. Es geht nicht. Es geht nicht. Aber jetzt. Das ist laut. Genau. Das habe ich mir gedacht. Sehr gut. Cool. Haben wir wieder einen Anhaltspunkt. Wobei ich noch nicht weiß, wo der hinführen soll. Aber immerhin. Was war hier gleich nochmal? Ich weiß nicht, was an der explodierenden Katzenschüssel falsch war. Achso. Wo war denn jetzt der Safe? Ach ja, hier, glaube ich, ne? Wo war denn jetzt der Safe? Mal sehen. Mal sehen. 099. 099. 057. Das ist ja ein Service. Leer. Wirklich? Und wovor hatte der jetzt so viel Angst? Vertrag. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als ein verrücktes Genie. Was mache ich jetzt mit dem Vertrag eigentlich? Weil der muss ja unterschrieben werden. Wie soll ich denn den jetzt unterschreiben lassen, wenn er jetzt weg ist? Jetzt haben wir noch Fake-Kotze. Das muss auch anders gehen. Koffeinfreier hilft dir nicht. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Besser nicht. Das ist einer der wenigen Plätze, an denen Plastikkotze nichts nützt. Hm. Nein. Da geht immer den Kamin hoch. Ich will das gar nicht. Ich möchte das nicht. Ah. Ah. Hm. Wahrscheinlich die Klimaanlage, vermute ich. Ah. Jetzt wartet mal. Nein. Mit den Zähnen hätte ich nämlich einen Plan eventuell. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah. Keine Ahnung. Irgendwie hilft das auch nicht wirklich, oder? Ich krieg's nicht. Halt still. Wirst du wohl? Ah. Ah. Der geht trotzdem nicht in das Gitterloch. Dann weiß ich's jetzt aber auch nicht. Ah. Doch. Jetzt hat's funktioniert. Ich kann den wirklich ein bisschen irritieren quasi. Ja. Okay. Gut. 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 Immerhin. Nein. Was macht er denn? Immerhin. Jetzt passt auf. Jetzt schick ich nämlich die Zähne in die Vergangenheit. Glaube ich. Weil vielleicht möchte das Pferd seine Goldzähne tauschen. Dann müsste ich nur noch die Zeitkapsel öffnen und dann hätte ich alle Zutaten für die Superbatterie eigentlich zusammen in der Vergangenheit. Ich bin gespannt ob das geht. Und die Zigarren, die Scherzzigarren, wenn ich so eine wirklich kriegen könnte, die könnte ich nämlich glaube ich Washington geben. Der raucht nämlich immer Zigarre. Ich muss mich jetzt dann wirklich in jeder Zeit nochmal genau umsehen und nochmal mit allem ordentlich interagieren dann glaube ich, wenn wir nicht weiter wissen. Ich habe bestimmt ein paar Sachen übersehen mit denen man noch. Ich habe jetzt glaube ich wahrscheinlich keine Ahnung. Die ist jetzt nicht schon fertig hier? Ach nee. Klar. Die hat den noch gar nicht genäht. Ich will nicht. Besser nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Nö, ich mag es wie es ist. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Hi. Keine Zeit. Ich mache Geschichte. Hey, was ist das da auf dem... Oh, doch nur ein Kaffee. Vielleicht müssen wir, weil da ein Kaffeefleck drauf ist, ihm irgendwie den Kaffee geben oder so. Ich habe keine Ahnung. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfallslose Sache. Hm. Schade. Für so gute Zähne wäre das eine ziemlich einfall... Hi. Du schon wieder? Willst du noch zurück in die Zukunft? Hm. Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Hier zum Beispiel das quietschende Bett. Benutze Netzquietschende Matratze mit Katze. Das kann ich nicht machen. Aha. Gut gemacht. Hört sich an, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. Wohin damit? Sehr spartanisch. Aha. Jetzt haben wir eine quietschende Maus. Was auch immer das bringt, in der Zukunft ist auch eine Katze, die sich den Rücken kratzt. Vielleicht will die die quietschende Maus. Oder so. Und dann weiß ich aber auch noch nicht weiter. Hm. Und dieser Holzklotz, warum kriege ich den nicht? Jetzt hat er doch was für seine Zeitkapsel. Tut mir leid, den brauche ich noch. Es wird ein berühmter Holzblock werden. Hui, schon fast voll. Jo, Tom. Thomas. Wie geht es dem Entwurf der Verfassung? Großartig. Georges Vorschlag über die Staubsauger hat die alten, kreativen Säfte wieder in Fluss gebracht. Wir haben gerade Verbesserung 425 beendet, die das Herumlungern an jedem zweiten Donnerstag verbietet. Ich hoffe, du hast einen guten Herausgeber. Und wie geht es der Zeitkapsel? Nun gut, jetzt wo du den Wie kannst ein Bisch was? Jupp. Bitte lass mich hier. Habt ihr das gesehen? Da waren gerade seine Zähne an der Zigarre. Kannst du die gebrauchen? Nein, danke. Ich habe schon falsche Zähne. Entschuldigung. Ja? Meinst du nicht au... Kalper? Kalper? Entschuldigung. Ja? Was siehst du die denn jetzt an? Es gibt... Worüber denkst du nach? Was meinst du? Ist meine linke Seite besser oder meine rechte? Ich hau... Entschuldigung. Ja? Was siehst... Etwas schreckliches steht bevor. Umweltverschmutzung. Ich glaube, ich kriege einen Pickel. Meinst du... Pa? Hm. Ich will nicht. Besser nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Nö. Ich mag es, wie es ist. Kannst du die gebrauchen? Nein. Besser nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Besser nicht. Für so gute Zähne wäre das eine... Was machen wir denn jetzt, Leute? Was machen... Wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe keine Ahnung, ey. Leider. Jetzt kamen wir so gut voran, aber jetzt... Wir können das nicht mehr. Los geht es dann wieder wir. Wir müssen losgehen. Wir werden dann mal lasst... um die Gedanken umfassen. Ich arbeite an einer neuen Superbatterie mit einer wahnsinnigen Speicherkapazität. Was brauchst du noch für die Batterie? Öl, Essig und Gold. Ich brauche immer noch Essig und Gold. Lass es mich wissen, wenn du etwas findest. Er sieht mehr nach einem Regenmantel aus. Hey! Nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Besser nicht. Für so gute Zähne wäre das besser nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Nö, ich mag es, wie es ist. Na gut, keine Ahnung. Ich habe fast das Gefühl, so rein vom Gefühl her, dass wir in der Zukunft noch irgendwie nicht alles ausgeschöpft haben. Da haben wir bis jetzt noch am wenigsten gemacht und so. Ähm, was gibt's? Du störst meine Konzentration. Hey! Aber ich weiß auch nicht richtig. Das war's für heute. Hallo, ich bin Laverne. Laverne, wie? Komischer Name für einen Tentakel. Bist du zur Show hier? Ja, das stimmt. Nun, dann viel Glück. Da gibt es ein paar tolle Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Essen für zwei im Tentakel-Club. Schöne Uhr. Ja, das ist eine wertvolle Antiquität. Ich würde sie dir ja zeigen, aber ich muss im Moment drauf aufpassen. Niemand nährt sich ihr, solange ich hier bin. Könnte ich bitte die Uhr anfassen? Tut mir leid. Nein, niemand berührt die Uhr, solange ich Dienst habe. Bist du nicht neugierig, was hinter der Uhr ist? Nicht wirklich. Bewachen ist immer dasselbe, egal was zu bewachen ist. Ist dir schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen sechs Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Thäne bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Verwäste Eichhörnchen-Därme? Gütiger Himmel! Tja, man sieht sich. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. Na gut Leute, machen wir mal Schluss für heute und morgen kommen wir hoffentlich weiter. Macht's gut, bis dann. Ciao!